Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Mein Name ist Michael Brenner. Ich habe hier an der Ludwig-Maximilians-Universität in München den Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur inne und gemeinsam mit meinem Team, mit Dr. Daniel Mahler und Jonas Mages freue ich mich, Ihnen eine Einführung in den breiten Bereich der jüdischen Geschichte und Kultur über den Weg des Podcasts bieten zu können. Dieser Podcast ist für alle gedacht, die sich für Themenkreise der jüdischen Geschichte interessieren, ganz egal ob Laien oder Experten. Die Inhalte sind jetzt nicht geografisch oder epochal begrenzt, sondern sollen wirklich die ganze Bandbreite jüdischer Themen abdecken, von der Antike bis in die Gegenwart. Und wir freuen uns, Experten zu diesen jeweiligen Themen in diesem Podcast für sich sprechen zu lassen. Es handelt sich dabei häufig um öffentliche Vorträge, die hier an der Abteilung für jüdische Geschichte und Kultur in München gehalten wurden, aber auch andere Stimmen sollen ruhig zu Wort kommen und natürlich auch studentische Beiträge, die im Rahmen von Seminaren hier an der LMU entstehen. Und wer weiß, was wir uns in Zukunft noch so einfallen lassen. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Hören.